Und hier wieder eine Episode aus der endgültigen Serie Was macht der Hausmeister der Jungdrachenschule? Tja, seitdem ich diese ungezogenen Blaren und diesen Schlotter vom Drachenhügel los bin, macht das Leben wieder richtig Spaß. Wenn die wüssten, Ecke und Hausmeister. Habt ihr schon alle Weihnachtsgeschenke? Ecke? Ja, ich bin super in der Zeit, dieses Jahr. Ecke muss nämlich nur noch zwei Pakete für meine Nachbarn annehmen. Tja, dann habe ich alle zusammen.